Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Currywurst und Dosenbild zu den S4 News und heute mit einem kleinen Update zu Matthew Hoppe. Denn den haben ja wahrscheinlich viele gar nicht mehr gerade so auf dem Zettel, denn er ist ja nicht auf Schalke. Somit ist er auch kein Thema aktuell für die 2. Fußball-Bundesliga, denn er ist ja unterwegs mit seiner Zusammenhandschaft mit den USA beim Gold Cup und hat diese nun ins Halbfinale geköpft. Sie haben gegen Jamaika gewonnen, 1 zu 0, goldener Treffer, richtig. Matthew Hoppe, unser Schalker Stürmer, hat dort getroffen und wird damit natürlich auch teurer und teurer und das ist gut für Schalke 04. Was bei Usankabak nicht geklappt hat bei der EM, ist bei Hoppe umso besser gelungen. Er spielt eine gute Rolle bei den USA, sein Name ist natürlich jetzt auch noch präsenter als zuvor und unabhängig davon, wie man Hoppe plant, ist das für Schalke natürlich nur gut. Und klar, er fehlt aktuell auf Vereinsebene, hätten uns natürlich auch gegen Hamburg als Beispiel helfen können, vorne drin. Aber generell, wenn er schon dann mit dabei ist, ist das für Schalke gut. Entweder man verkauft ihn, was immer noch ein durchaus realistisches Thema ist, wenn es ein Angebot gibt, aber dann wird er halt nochmal etwas teurer als ohne dieses Turnier. Oder man verkauft ihn halt nicht und Hoppe kommt mit Selbstvertrauen zurück. Und auch das ist für Schalke gut. Also Win-Win da auf jeden Fall und ich hoffe mal, dass Matthew Hoppe jetzt auch so weitermachen wird. Klar, wenn jetzt die USA natürlich in meinem Fall herausfällt, ist er ein paar Tage früher auf Schalke, als wenn sie noch das Finale spielen. Aber ich denke mal, für ihn wäre es dann auch nochmal ganz geil, den Titel jetzt auch mit seinem Nationalteam zu holen. Damit viel Glück, Matthew Hoppe. Ich würde mich an sich auch freuen, wenn er zurückkäme und auch bei uns dann eine gute Rolle spielt, weil ich finde auch mit Terodde oder statt Terodde kann ich mir bei ihm schon wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Aber wenn er halt dann eben auch für ein paar Millionen mehr geht, als vielleicht mal geplant, ist es auch nicht so verkehrt. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Situation, die auf Schalke dann herrscht. Neben den ganzen anderen Themen mit Verkäufen von Kabak, Arid und Co. Und mit dem Auslauf von Latza, was natürlich auch noch wirklich schwerwiegend ist, wo ein neuer Mann auch jetzt noch kommen soll. Das ist jetzt schon alles noch viele Auslaufgaben, die Schalke zu erledigen hat. Also wir dachten, der Kader ist schon fertig, der hat sich minimal getäuscht und da ist noch einiges zu tun. Und bei Matthew Hoppe läuft es auf jeden Fall ganz gut aktuell. Und ich denke mal, das ist schon mal eine ganz gute Nachricht für alle Schalke-Fans. In dem Sinne, eure Meinung zu Hoppe, gerne in die Kommentare. Oder zu Hoppi, ja ich weiß, ich spreche in Deutsch aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. ckechlish-Fans nach dem waren. Untertitelung des ZDF, 2020